Roseli, Rosel, Helga Liener-Zech war eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin. Nach ihrer Entdeckung durch den Regisseur Peter Zadek wurde sie von ihm gefördert. Weithin bekannt wurde sie jedoch durch ihre Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder. Leben Rosel-Zech wurde als Tochter eines Binnenschiffers und einer Schneiderin in Berlin geboren und wuchs in Hoja auf. Nach der Realschule besuchte sie die Max-Reinhard-Schule für Schauspiel in Berlin, verließ sie jedoch vorzeitig. Theater Ihr erstes Engagement als Schauspielerin hatte sie in der Spielzeit 1959-60. am Südostbayerischen Städtetheater in Landshut, wo sie als Bianca in Shakespeare's Der widerspenstigen Zähmung debütierte. Von 1963 bis 1965 war sie am Theater Biel Solothurn und am Sommertheater Winterthur tätig, danach bis 1970 am Schauspielhaus Wuppertal. Am Staatstheater Stuttgart übernahm sie 1967 und 1970 Gastrollen. 1972 verpflichtete Peter Zadek sie an das Schauspielhaus Bochum, dessen Intendant er bis 1979 war. Seine Inszenierung von Hedda Gabler mit Zech in der Titelrolle wurde 1977 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Von 1978 bis 1980 war Zech in Hamburg in vier Produktionen des Deutschen Schauspielhauses zu sehen, sämtlich Inszenierungen von Zadek, darunter abermals Hedda Gabler in gleicher Besetzung wie in Bochum. Danach wirkte sie in drei Produktionen der Freien Volksbühne Berlin mit. Ab 1980 war sie hauptsächlich am Bayerischen Staatsschauspiel in München, aber auch in Wien, bei den Salzburger Festspielen und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg zu sehen. 2009 spielte sie bei den Luisenburg-Festspielen die Titelrolle in Mutter Courage und ihre Kinder. Film und Fernsehen Ihr Debüt vor der Kamera gab Rosel Zech 1970 in dem Fernsehfilm Der Pott. 1973 war sie in einer kleinen Rolle in Die Zärtlichkeit der Wölfe mit Kurt Raab und Margit Carstensen zu sehen. Bei den Dreharbeiten lernte sie Rainer Werner Fassbinder kennen, der den Film produzierte. Mit Fassbinder arbeitete sie später häufiger zusammen. Im selben Jahr besetzte Peter Zadek die Schauspielerin in seiner Verfilmung von Kleiner Mann – Was nun? – mit Heinrich Giskis und Hannelore Hoger. Weitere Filme und Fernsehfilme folgten, unter anderem war sie in einer Verfilmung von Anton Tschechows Die Möwe oder Henrik Ibsens Hedda Gabler zu sehen. In dem Kinderfilm Die Vorstadtkrokodile aus dem Jahr 1977 verkörperte sie Frau Wolfermann, die Mutter eines der Vorstadtkrokodile. In Peter Fleischmanns Science-Fiction-Film Die Hamburger Krankheit spielte sie 1979 neben Helmut Grimm und Fernando Arabal. Zwei Jahre später wurde sie von Rainer Werner Fassbinder in dem Film Lola in einer Nebenrolle als Ehefrau von Mario Adorf besetzt. In Fassbinders nächstem Film Die Sehnsucht der Veronika Voss spielte sie die Hauptrolle. Ihre überzeugende Darstellung einer morphiumsüchtigen Schauspielerin war mitentscheidend dafür, dass der Film 1982 bei den internationalen Filmfestspielen von Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. In den folgenden Jahren konzentrierte sich Rosel Zech vor allem auf die Arbeit beim Fernsehen. Ihre Darstellungen in Die Knappfamilie, Die Bertinis, Die indische Ärztin und mehrere Auftritte in den Krimireihen der Alte und Tatort machten Rosel Zech dem breiten Fernsehpublikum bekannt. Seit 2002 spielte sie in der Serie Um Himmels Willen die Mutter Oberin. Auch international arbeitete Rosel Zech. So stand sie für den Regisseur Percy Adlon an der Seite von K.D., lang vor der Kamera. Das Drama Salmon Berries wurde 1991 beim World Film Festival ausgezeichnet und machte Zech auch im Ausland bekannt. Darüber hinaus wurde Zech mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin für diesen Film ausgezeichnet. Daneben war sie in vielen deutschen Kinofilmen zu sehen wie Eme und Jaguar, Feta, Anatomie 2 oder Kammerflimmern. Rosel Zech gehörte zu den bekanntesten Schauspielerinnen des deutschsprachigen Films, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Auszeichnungen für ihre darstellerischen Leistungen. Rosel Zech lebte in Berlin, wo sie zuletzt in zahlreichen Theaterrollen zu sehen war. Im Sommer 2011 wurde bei Rosel Zech Knochenkrebs im Entstadium diagnostiziert, weswegen sie in der elften Staffel der ARD-Serie Um Himmels Willen nicht mehr mitwirkte. Ende August 2011 erlag sie ihrer Krankheit. Im Sommer 2012 wurde bekannt, dass die unverheiratete Zech ihre langjährige Freundin Juliane Lorenz sowie einen damaligen Studenten testamentarisch zu ihren Erben eingesetzt hatte. Einige Medien hatten zuvor über die Enterbung von Zechs damals 93-jähriger Mutter Helga zugunsten von Juliane Lorenz berichtet. Auszeichnungen 1968 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 1976 Schauspielerin des Jahres der Zeitschrifttheater heute für Hedda Gabler 1983 Deutscher Darstellerpreis für Mascha 1990 Kainsmedaille der Stadt Wien für eines langen Tages Reise in die Nacht 1991 zu 1 Preis des World Film Festival in Montreal für Salmon Beris 1992 Bayerischer Filmpreis als beste Darstellerin für Salmon Beris 1999 Bayerischer Verdienstorden 2001 Merkur Theaterpreis der Zeitung Münchner Merkur für Afterplay